So, ja, willkommen meine Aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute eine Reaktion ohne Stream. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist KuchenTV Sperma gebannt, aktuell. Und dementsprechend kann ich die Videos nicht im Stream gucken. Ich könnte es riskieren, eventuell würde ich nur eine Mail bekommen. Oder vielleicht würde ich auch ein paar Tage gesperrt werden. Das ist es mir aber nicht wert. Deswegen denke ich mir einfach, ich gucke mir dieses Video, wo es um Shuyoka geht, einfach offstream an. Ich denke, das ist legitim, das sollte nicht zur Gewohnheit werden, weil fühle ich jetzt auch nicht so. Aber ich denke, bei der aktuellen Thematik rund um das Thema Shuyoka ist es schon auch wichtig, auch auf das Video hier zu reagieren. Mein Video, was ich, ich glaube, bei richtiger Kevin hochgeladen habe, beziehungsweise die Jungs hochgeladen haben, wo ich nochmal Real Talk, Statement mäßig was gemacht habe. War euer Feedback auch ganz positiv. Und nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt diesen Kanal kostenfrei abonnieren. Also ein Abonnement kostet hier nichts. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein Account bei YouTube. Aber das Folgen und die Glocke aktivieren bei YouTube ist kostenfrei. Also abonniert diesen Kanal. Let's go! Der Lügen, Shuyoka hat in zwei Streams mal wieder super lange über uns geredet, gelogen, gehetzt und einfach nur Müll erzählt. Und aus dem Grund bin ich jetzt auch einfach auf Twitch gesperrt. Sie hat nämlich gefühlt 500 Tweets gemacht, wo sie Twitch markiert hat, nachdem sie mich schon meldete. War es jetzt dafür gesorgt? Also sie hat schon wirklich sehr viel getwittert innerhalb von zwei Tagen, obwohl sie eigentlich gesagt hatte, dass sie sich einen ruhigen auf dem Sofa machen möchte. Das können sie natürlich machen, ist ja ihr Recht, so viel zu twittern, wie sie möchte. Aber war schon heavy, also was sie da zum Teil auch getwittert hat. ...sorgt hat, dass Twitch anscheinend erstmal eingebrochen ist und mich von der Plattform gesperrt hat. Ist ja auch die deutlich bessere Möglichkeit, als selbstkritisch zu seinen Fehlern zu stehen. Nachdem ich auf Twitch gesperrt worden bin, habe ich natürlich angefangen bei YouTube zu streamen. Auch das hat Shoyoka nicht ganz so gut gefallen, weswegen sie in den nächsten Tweets dann direkt YouTube markiert hat, in der Hoffnung, dass die mich da anscheinend auch die Plattform... Also prinzipiell finde ich, jeder sollte streamen, wo er möchte. Und ich glaube, ich kann für alle da draußen reden, dass man niemanden seinen Hack nehmen möchte, im Sinne von, dass jemand permanent auf einer Plattform ausgeschlossen wird. Wenn jemand einen Fehler macht und gegen Richtlinien verstößt oder ähnliches, dann muss man natürlich auch mit den Konsequenzen rechnen. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen da draußen, dem ich auch mal eine kleine Auszeit gönnen würde. Jetzt aber jemanden wirklich permanent auf einer Plattform sperren zu wollen und das auch so aggressiv, wie es Shoyoka macht. Und dann auch immer so YouTube zu markieren und Twitch, fühle ich jetzt nicht so. Das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte. Das ist klar, verbieten kann man es nicht. Bin ich jetzt aber kein Freund von, muss ich gestehen. Überlegt mal, wie krank das einfach ist. Das, meine Freunde, ist die Kensei Culture. Ich gehe natürlich rechtlich dagegen vor, bis ich entsperrt bin, streame ich allerdings auf Gurendv Uncut. Also, wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeigucken. Wie krank Shoyoka momentan unterwegs ist, sieht man unter anderem auch an folgenden Post. Da stellt sie nämlich die Frage, ob Monte sie klatschen möchte, weil dieser im Stream geschrieben hat, dann lass uns doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Ja, das ist offensichtlich eine Androhung von Gewalt. Da geht es nicht darum, privat zu sprechen und sich die Hände zu reichen, also sich zu vertragen, sondern offensichtlich möchte er dich schlagen. Habe ich auch so verstanden. Auf jeden Fall kommen diese... Ja, dazu habe ich ja auch schon viel gesagt. Man kann sich natürlich irren. Und das ist ja auch immer das, was auch diese... Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Was diese Community rund um Shoyoka immer von anderen auch erwartet. Dass man keine Fehler am besten macht. Und wenn man seine Fehler macht, die auch korrigiert und keine Hetzkampagne und kein Rufmord startet und bla 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 bla. Aber da muss man sich halt auch selber mal in die eigene Nase fassen. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass mit der Unterstellung, dass sie schlagen möchte, sie falsch liegt. Und es für jeden ganz auch offensichtlich auf der Hand liegt. Außer für ein ganz paar verblendete Shoyoka-Anhänger. Und sich da einfach mal auch zu entschuldigen und das zurückzunehmen, ist sich halt zu schade für. Das ist schon sehr traurig, ja. Diese Woche jetzt zwei Videos zur Shoyoka, weil sie halt auch in zwei Streams über mich gesprochen hat. Hier kümmern wir uns mal um den ersten Stream. Und das Beste ist, sie stellt folgende Frage. Dass mir konkret gesagt wird, ein konkretes Beispiel dafür gegeben wird, wo ich denn was Falsches gesagt habe. Okay, du möchtest also wissen, was du alles so falsch gemacht hast. Naja, dann können wir ja direkt mal starten, oder? Lieber Shoyoka, ich starte da auch mal ganz kurz. Wie zum Beispiel mir zu unterstellen, dass ich dich schlagen wollen würde. Wäre jetzt ein Beispiel, wo man sich ja prinzipiell auch für gerade machen könnte im Internet, ne? Das wäre auf jeden Fall ein Anfang, ja? Also ein großer Anfang. Könnt ihr euch erinnern, als eine andere Influencerin auf der Gamescom erzählt hat, dass sie belästigt wurde? Ja, ich kann mich erinnern, ja. Damit meint sie diesen Tweet hier von Phoebe, wo sie auf der Gamescom gepostet hat, dass sie sexuell belästigt worden ist. Und wir können ja einfach mal gucken, was ich dazu geschrieben habe. Gib Name, ich kläre das. Es werden Karrieren beendet und Ehre entwendet. Dir aber alles Gute, sowas geht gar nicht. Das bedeutet für... Ja, fairer Post von Kuchen. ...Shoyoka darunter campen und sie nötigen, den Namen zu verraten. Da kein anderer Influencer, mit dem sie momentan irgendwie im Streit ist, darunter kommentiert hat, und das auch die einzige Antwort war, die ich überhaupt darunter gegeben habe, kann sie halt nur diesen Tweet gemeint haben. Überleg mal, wie krass sie da irgendwas reininterpretiert, um negativ gegen mich reden zu können. Aber wie findet das Shoyoka eigentlich, wenn sie aus dem Kontext geschnitten wird? Weil teilweise einfach Sätze genommen wurden und anders zusammengeschnitten wurden oder aus komplett anderem Kontext genommen wurden und sich die Person einfach hingestellt hat und behauptet... Es ist doch genau das, was sie da gerade kritisiert, was sie immer macht. Dass ich sie klatschen will, ist auch völlig aus dem Kontext gerissen. Das ist doch genau das, was sie gerade kritisiert. Ich würde über sie reden, obwohl es halt nicht der Fall war. Und die Leute glauben es. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Aber wenn bei mir einfach irgendwie gelogen wird, weil ein Tweet bedeutet ja campen und ich hätte sie dazu genötigt, dann ist das natürlich wieder absolut in Ordnung. Genauso das hier. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jemand so obszessiv mit mir sein kann, dass er einfach ein Jahr lang Videos zu mir macht, alle drei Wochen und sein ganzes Leben nach mir abstimmt und so eine Fixierung auf eine Frau hat, mit der er nichts privat zu tun hat und nie zu tun haben wird. Was hat das Ganze damit zu tun, dass du eine Frau bist? Ich verstehe es halt nach elf Monaten immer noch nicht und sie kann mir das Ganze auch nicht erklären. Dazu bin ich auch nicht obszessiv. Naja, es ist halt einfach dieses in die Opferrolle stellen und das kommt natürlich immer besser, wenn man sich in die Opferrolle stellt, wenn man nochmal betont, dass man eine Frau ist. Ich glaube, ich kann für Kuchen reden, aber auch für mich. Wir sind nicht irgendwann in ihren Stream gegangen und haben gesagt, oh, die ist mir irgendwie unsympathisch, die haten wir jetzt mal oder gegen die machen wir Videos. Diese ganzen Videos, die Kuchen dann ja auch am Ende des Tages gemacht hat, sind durch komische bis fragwürdige Aussagen passiert, die sie getätigt hat. Und ihr Argument ist dann ja immer, ja, aber auch ein Montana Black, überleg mal, was der schon alles für Shitstorms hatte, überleg mal, was der in der Vergangenheit gemacht hat, bla 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 bla. Das stimmt, Schuyoko, du hast recht, ich habe viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, aber ich habe diese Fehler korrigiert und über die letzten Jahre, glaube ich, für jeden auch offensichtlich eine menschliche Weiterentwicklung hingelegt und bin älter geworden, reifer geworden, reflektierter geworden, gehe mehr auf Kritik ein. Ja, ich bin in vielen Aspekten auch früher sehr kritikunfähig gewesen, aber ich nehme gerne Kritik an. Jeder Freund aus meinem engeren Umfeld, sowohl im Real Life als auch in der Internetwelt, wird euch bestätigen, dass man mit mir ganz vernünftig reden kann und ich mir Kritik auch zu Herzen nehme und selbst reflektiere und versuche, die Dinge dann besser zu machen, weil das Leben ist ja, der Sinn hinter dem Leben ist ja, sich menschlich weiterzuentwickeln. Und wenn irgendwie alle überein sagen, auch die einem wichtig sind oder halt auch nicht, aber trotzdem sagen so, das geht gar nicht und der L-Tag und dieser L-Tag, dann fängt man halt an, selbst zu reflektifizieren und das ist halt überhaupt nicht der Fall bei Schuyoko. Also gar nicht. Seit knapp einem Jahr sabbelt die immer komischen Kram und das ist dann halt ein Video wert, worüber man berichten kann. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was du für ein Geschlecht hast. Wenn du einen Penis zwischen den Beinen hättest, würde KuchenTV da genauso drüber berichten. Abszessiv zu dir. Bruder, ich mache einfach Videos zu Themen, die sich aktuell gut klicken und diese Woke-Bubble-Thematik hat schon immer gute Aufrufe gegeben. Und natürlich nehme ich dann die Vorlagen mit, die ich mitnehmen kann. Egal ob Young Fate Salat, Dara oder halt eine Schuyoka. Genau das Gleiche, was ich jetzt mit Schuyoka mache, habe ich auch damals über Marcellus Wallace gemacht. Das war komischerweise aber kein Problem. Ist ja aber auch ein weißer heterosexueller Cis-Mann. Inwiefern ich mein ganzes Leben nach dir richte, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Denn ich habe seitdem genauso viele Videos in genau dem gleichen Abstand gemacht wie vorher. Und ich habe, glaube ich, in den letzten sechs Monaten genau zwei Streams von dir geguckt. Und das war diese Woche, als du zweimal über mich gesprochen hast. Also, drei Lügen in einer einzigen Aussage, Schuyoka. Aber du willst ja sowieso auf Kritik eingehen. Also kommt dir das ja eigentlich ganz recht, oder nicht? Ja, man muss da Kuchen auch den Rücken stärken. Es ist ja jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass KuchenTV besessen ist von einer Schuyoka. Der macht ja auch zu genauso vielen anderen Themen Videos. Und wenn jemand auf diese Kritik eingeht, aber noch weitere L-Tags bringt, dann macht man halt noch ein Update-Video und noch ein Video zur Thematik. Und ich glaube, eine Freiraum-Rede, glaube ich, und auch dieser andere Typ, der aus dieser Bubble kommt, haben es richtig gemacht. Die haben dann einfach irgendwann nichts mehr gesagt und haben einfach ihr Ding gemacht. Die haben sich zwar nicht entschuldigt oder haben selbst reflektiert, aber die haben dann einfach sich gedacht, ach, ich sage einfach gar nichts mehr. Und Schuyoka macht genau das Gegenteil. Siehe jetzt, nachdem schon so viele Videos gegen sie rausgekommen sind, wo sie kritisiert worden ist, findet genau gar keine Selbstreflektion statt, sondern es wird einfach aus meiner Wahrnehmung weiter komischer Quatsch geredet, wo man sich noch mehr an die Stirn fasst und sich denkt, hä, was soll denn das jetzt? Wie zum Beispiel der Take, dass ich sie angeblich schlagen wollen würde, was halt absoluter Schwachsinn ist. Aber da macht sie sich natürlich nicht gerade. Nö, sie stellt mich vor ihren Followern als Frauenschläger oder mutmaßlicher Frauenschläger dar, dass ich sie schlagen möchte. Aber mit falschen Behauptungen im Internet kennt sie sich ja aus. Siehe das Beispiel mit Skurrus, dem sie einfach mal unterstellt hat, dass er sie sexuell belästigt hat. Nice. Welcher andere Influencer wurde elf Monate lang angefeindet, weil er einen Preis gewonnen hat? Woher nimmst du die Info, es würde über den Preis gehen? Bruder, ich habe das genau in einem Cake News erwähnt und in einem Video zu Dekadent. Seitdem interessiert sich wirklich niemand mehr für diesen Preis. Auch das interpretiert sie einfach rein, damit sie gar nicht erst auf Kritik eingehen muss, sondern einfach irgendeinen dummen Grund vorschieben kann. Und auch das ist eine Lüge, Shuyoka. Aber wenn du das so genau weißt, dann kannst du es uns ja einfach mal belegen. Wo über mich gemauert wird und die Kommentare darunter voll sind mit, oh mein Gott, die gehört vergewaltigt, die braucht mal einen Schwanz, die gehört mal getötet. Und weißt du, worum es in dem Video geht? Um zwei andere Leute. Auch das ist halt einfach nachweislich gelogen. Ja, das ist immer, das ist so dieses so krasse in die Opferrolle stellen. Natürlich geht das überhaupt nicht, wenn Leute dir so etwas schreiben. Aber das ist das Internet. Jeder von uns kriegt doofe Kommentare. Ich habe das letztens in der Leroy-Thematik auch gut thematisiert. Jeder von uns kriegt im Internet negative Kommentare und Kommentare, die keine Kritik beinhalten, sondern wahllose Beleidigungen und Drohungen und Straftaten, so. Das Einzige, was du da machen kannst, liebe Shuyoka, ist diese Menschen anzeigen. Das ist dein gutes Recht, mach das. Das finde ich voll cool. Also zeig diese Leute an, weil das geht gar nicht. Aber sich auch darüber aufzuregen und zu sagen, so, ja, das ist wegen diesem Videospielepreis. Jeder, der nicht die, yo, die haten mich nur, weil ich eine Frau bin, Brille auf hat, weiß, dass der Preis, den du da bekommen hast, zu Unrecht hier verlieren worden ist und andere Leute es mehr verdient hätten. Und einfach nur ein Satz, so deinerseits, ja, okay, ich habe den Preis gewonnen und ich freue mich zwar darüber, aber ich denke auch, dass andere Leute den mehr verdient haben. So, ist doch, ist doch okay. Aber danach hast du so viel geredet und so oft dir mit anderen Aussagen, die gar nichts mehr mit dem Preis zu tun hatten im Grunde, dir selber ein Bein gestellt. Man sagt ja immer so schön, so wie man es in den Wald hineinschreit, so schreit es auch wieder hinaus. Und das, was du in den Wald hinein geschrien hast, war sehr amüsant. Guter Content für uns, muss man fairerweise sagen. Ich habe in meiner YouTube-Kommentarsektion einfach mal nach den Wörtern Vergenusswürzelung und die Einzahl von Cocktail gesucht. Und es gibt halt wirklich keinen einzigen Kommentar, wo sowas jemand über Shuyoka geschrieben hat. Gut, das gebe ich zu. Ich kann jetzt natürlich keine 10.000 Kommentare oder sowas durchgehen, aber das kommt nicht in einer Häufigkeit vor, die du hier beschrieben hast. Mag sein, dass das mal irgendein Idiot gepostet hat, aber auch das nutzt sie wieder, um sich vor der Kritik zu entziehen, weil sie dann sagen kann, boah, die hetzen ja alle so mies in den Kommentaren gegen mich, da muss ich gar nicht drauf eingehen. Das ist halt in die Opferrolle stellen. Also unabhängig davon, dass das, wie gesagt, nicht klar geht, pickt sie sich 2, 3, 4, 10 Kommentare raus aus dieser Variante, geht da auch noch in ihrem Stream explizit drauf ein und das sind dann irgendwie 10 Kommentare von 2000 Kommentaren. Natürlich gehen diese Kommentare nicht, aber es ist halt einfach eine Verwendung dieser Kommentare, um sich selber nochmal vor ihrer Community in die Opferrolle zu stellen, weil dann natürlich die Leute in den Kommentaren oder bei ihrem Stream kommentieren, oh, das geht gar nicht, du tust mir so leid, Pia. Aber geh doch einfach mal auf das ein, was wirklich wichtig ist und wenn dir diese Kommentare nicht gefallen, was ich natürlich zu 100% nachvollziehen kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst diese Kommentare oder drei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst diese Kommentare, du blockierst diese Leute oder du zeigst sie an. Ganz unabhängig von unserer Thematik, Shuyoka, wir sind im Internet und das Internet ist wie Ostern, da hat jeder Eier. Jeder denkt, er könnte irgendwie einfach so beleidigen und das ist dein gutes Recht, diese Menschen anzuzeigen. Aber reflektier doch mal ein bisschen selber und kommunizier auch deiner Zuschauerschaft, dass wir nicht diejenigen sind, die die Leute dazu anstiften, solche Kommentare zu posten. Du wirst immer Idioten im Internet haben, die egal in welcher Thematik, sobald Kritik auf dich einschlägt, Scheiße schreiben. Und mehr als sich davon distanzieren, kann man halt auch einfach nicht. Man kann nicht eine Zuschauerschaft von mehreren 10, 20, mehreren 10.000 oder 100.000 oder Millionen Menschen kontrollieren und dafür sorgen, dass keiner von denen mal über die Stränge schlägt und einen richtigen Scheißkommentar schreibt. Sollte man deswegen aufhören, auf kritische Themen oder Videos einzugehen, die man nicht gut findet und sie dann nicht mehr kritisieren und sagen, oh nee, das geht nicht. Das kannst du auch nicht von uns erwarten, liebe Shuyoka. Aber wenn das so oft unter den Kommentaren passiert, dann guck doch mal live im Stream unter die Kommentare. Ich hab auch nichts gelöscht oder entfernt. Und dann zeig die uns doch einfach mal. Ist doch einfach oder nicht? Es wurde nicht nur monatelang über meinen Ausschnitt gesprochen. Der besagte journalistische YouTuber hat auch einen Haufen Clips, wo er einfach nur mit der Maus in meinen Livestreams meine Nippel fängt. In seinem Livestream. Und Witze darüber macht, dass man meine Nippel durch mein T-Shirt durchs... Oh, 22.22 Uhr. Also ich weiß jetzt nicht, was sie da redet. Kuchen wird uns das aufklären. Ich weiß nicht. Sieht. Ja, aber es hat nichts mit Antifeminismus oder mit Frauenhass zu tun. Nein. Einen Haufen Clips, Shuyoka. Nein, auch das ist nachweislich eine Lüge. Es gibt genau einen Clip, wo ich das mal aus Spaß gemacht habe. Das war in irgendeiner Reaction, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal gefunden. Mich würde echt interessieren, wie du auf einen Haufen Clips kommst, weil ich das nur ein einziges Mal in meinem gesamten Leben gemacht habe. Aber auch hier wieder, Shuyoka. Du wirst ja wahrscheinlich sagen, dass das ja gar nicht gelogen ist. Deswegen zeig uns doch diese Haufen Clips einfach mal. Im Stream hat sie auch gesagt... Ja, da muss ich sagen, bin ich dann sogar fast volle Soli mit Shuyoka. Ob eine Frau im Stream sitzt und ihre Nippe zu sehen ist oder nicht. Jeder Mann, der ein bisschen Einfühlsamkeit und Verständnis auch für das weibliche Geschlecht hat, und das sollte eigentlich jeder haben, weiß, dass Frauen oftmals aus Zwang noch einen BH tragen, weil gesellschaftlich immer noch irgendwo ein bisschen verpönt ist, dass man Nippel sieht. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, soll doch jeder so rumlaufen, wie er möchte. Gefühlt das Erste, was eine Frau macht, die ein BH trägt, sobald sie in ihren heiligen vier Wänden ist oder da, wo sie sich wohlfühlt, ist den BH ausziehen, weil der BH einfach absolut unbequem fürs weibliche Geschlecht ist. Und dementsprechend, ich habe jetzt nicht den Clip gesehen, ich weiß nicht, was da Kuchen genau gemacht hat, aber ob eine Frau im Stream einen BH trägt oder nicht und ob man ihre Nippel sieht oder nicht, bin ich jetzt kein Freund, der das explizit so anspricht oder mit der Maus rübergeht. Aber prinzipiell finde ich sowas dann nicht so cool, muss ich gestehen, ja. Aber natürlich auch von ihr die Formulierung so, eh, hunderte Clips und so. Bin gespannt, sie wird natürlich sich das, also, sie wird niemals in irgendeiner Art und Weise auf dieses Video hier reagieren oder die Dinge, die Kuchen da von ihr einfordert, beweisen. Das wird sie nicht machen. Wenn sie das macht, dann wächst mir ein drittes Auge an meinem Arschloch. Ich fragte, dass sie sich jeden Tweet, jeden Clip und alles speichert. Das heißt, es müsste ja irgendeinen Ordner geben, wo diese Haufen Clips drin sind. Wäre ja easy, wenn du die zumindest mal bei Twitter postest, weil ich würde die tatsächlich auch sehr gerne mal sehen. Also, dass ich das gemacht habe, nicht deine Nippel. Stundenlang im Stream darüber zu fantasieren, ob ich attraktiv genug bin, um mit mir zu schlafen, ist misogen. Stundenlang haben wir also darüber geredet, ob du attraktiv bist. Okay, dann gucken wir uns diese ganze Stunde jetzt mal an. Ich finde, sie ist eine gutaussehende junge Frau, aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch. Attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr... Also... Da knallt es charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Das Ganze... Vollkommen legitim. ...waren halt original 20 Sekunden bei Monte. Und in meiner Reaction ging das Ganze dann vielleicht eine Minute oder sowas. Und ich lasse hier auch nicht zählen, dass man sagt, naja, komm Tim, dir ist doch klar, dass das umgangssprachlich halt so gesagt wird. Denn sie übertreibt hier absichtlich... Ja, um sich wieder in die Opferrolle zu stellen. Ich wurde von einem Zuschauer gefragt, ob ich Shuyoka attraktiv finde oder ob ich mir mit Shuyoka was vorstellen kann. Oder ob ich mit ihr schlafen würde. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber meine Antwort war normal, Standard. Meine Frau kann so gut aussehen, wie sie möchte. Rein optisch. Aber der Charakter und wenn sie redet und was sie von sich gibt, macht ja auch attraktiv oder unattraktiv. Und ich habe gesagt, dass ich finde, dass Shuyoka eine gutaussehende junge Frau ist. Ist sie vom Charakter, aber nicht anziehend finde. Das ist mein gutes Recht und ist mit vollstem Respekt gesagt. Aber es ist in seinem Stream so darzustellen, als wenn man stundenlang darüber geredet hat, ob man mit ihr ficken will oder nicht. Oder mit ihr schlafen will, whatever. So wie ich es auch gesagt habe, als ich bei ihr in den Stream gegangen bin. Die beste Rolle, die sie spielt, ist die Opferrolle. Da ist sie wirklich Weltklasse drin. Also sie ist wirklich, wirklich gut in ihrer Rolle. Sie schafft es wirklich, sich so krass in die Opferrolle zu stellen, dass sie Rückendeckung von ihrer Community bekommt. Das ist wirklich die beste schauspielerische Leistung, die sie jemals vollbracht hat und vollbringen wird. 20 Sekunden oder Stunden lang ist ein riesengroßer Unterschied. Und auch das nutzt sie wieder, weil sie sich an irgendwelche kleinen Strohhalme klammert, in der Hoffnung sagen zu können, ja guck mal, die waren hier aber in den drei Sekunden ganz doof, aber das ging doch eigentlich eine Stunde. Deswegen, ich kriege gar keine vernünftige Kritik. Also ist auch das nachweislich gelogen. Und wenn das nicht gelogen ist, wie gesagt, Shoyoka, dann gerne zerstöre mich in einem Antwortvideo. Man könnte jetzt drüber streiten, ey Monte, musst du diese Frage beantworten, ob du sie attraktiv findest oder nicht. Da kann man drüber streiten. Ich finde aber, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich finde, dass ich die Antwort, die ich gegeben habe, respektvoll gesagt habe, nicht abwertend oder ähnliches. Ich habe nicht gesagt, ey, niemals, guck dich mal an, sondern ich habe wirklich mit Respekt und nicht abwertend geredet. Wenn sie mit mir redet, höre ich auf, Videos über sie zu machen, aber wenn sie sich weigert, kommen noch 20 Videos. Das ist die Narrative, die da spielt. Es geht um Kontrolle. Es geht um Macht. Menschen, die reaktionären Content machen in der Szene, haben versucht, mich dazu zu zwingen, mit ihnen in private Gespräche zu gehen, um Kontrolle und Macht über eine Frau auszuüben, an die sie sonst nicht rankommen. Und es wurde ganz klar kommuniziert, wenn ich mit ihnen privat rede, hören sie auf und wenn ich es nicht tue, dann machen sie weiter. Habe ich nie gesagt. Ich weiß nicht, was Kuchen gesagt hat, aber ich habe nie gesagt, dass wenn sie nicht mehr privat mit mir redet, dass es dann weitergeht. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass ein privates Gespräch wahrscheinlich sehr gut für alle wäre, weil wenn man sich, also ich bin ein Mensch, wenn ich mir privat die Hände mit jemandem reiche und sage, ey, wir reichen uns die Hände, das Thema ist gegessen, dann halte ich mich auch da dran. Natürlich, wenn du dann irgendwie zwei Streams später wieder Lügen oder Unwahrheiten verbreitest oder ganz weird takes bringst, dann wird man da auch drüber reden, das ist klar, aber ein klärendes Gespräch, eine Friedenspfeife rauchen, sich die Hände reichen, dient ja dazu, um Diskrepanzen im Internet aus der Welt zu schaffen und das Ganze ohne Publikum, sondern mäßig face to face. Also wieder die Frage, was hat das damit zu tun, dass du eine Frau bist? Und ich will jetzt natürlich nicht angeben, aber ich habe bei Tinder über 700 Likes, also an Frauen mangelt es mir nicht. Na gut, wenn man die Fetten abzieht, sind es halt noch zwei, aber das passt schon. Also komme ich an Frauen wie dich ran. Okay, nein, das ist natürlich auch gelogen, alle diese 700 Likes haben deutlich besseren Charakter als du. Wenn wir doch angeblich alles aus dem Zusammenhang reißen und überall lügen oder irgendwas hinzufügen, was eine Shoyoka hier ja nachweisbar noch gar nicht gemacht hat, dann verstehe ich trotzdem nicht, warum man sich nicht einfach privat hinsetzen kann, um das Ganze zu klären. Offensichtlich sind doch dann die Fronten einfach verhärtet, man redet aneinander vorbei und um wieder eine normale Basis zu haben, könnte man doch einfach mal miteinander reden. Aber nein, dann müsste nämlich Shoyoka ihre Opferrolle verlassen, müsste nämlich dann auch Fehler zugeben, weil sie nicht einfach irgendwas aus dem Zusammenhang reißen kann und das ist natürlich das Schlimmste, was sich eine Shoyoka so vorstellen kann. Die lebt wirklich so krass in ihrer eigenen Welt, es ist unfassbar, Alter. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass ihr Stream so ein bisschen ihr Safe Space ist, wo sie durch Moderationsarbeit jegliche Kritik wegblocken lässt und eigentlich nur Zuspruch von ihrer Community bekommt. Das Ganze ist nicht unbedingt anders bei einem Kuchen oder bei mir. Also Kritik kriegt man mit Sicherheit, aber Kritik, die als Kritik verkauft wird, aber eigentlich respektlos ist, wird auch getimert von meinen Moderatoren. Aber ich glaube, dass sie einfach nicht in der Lage ist, ein privates Gespräch mit uns zu führen, weil sie sich ja dann wirklich den Fragen live, face-to-face stellen muss. Und wenn ich dann zu ihr sage, Shoyoka, nur mal als Beispiel jetzt, wie kannst du denn wirklich auf Twitter posten, dass du wirklich denkst, ist, dass wenn ich sage, ich klatsche, du denkst, ich will dich schlagen. Also das Einzige, was man in der Situation ja da machen muss, ist da zu sagen, okay, stimmt, da habe ich überreagiert oder war nicht die richtige Aussage und dann müsste sie sich entschuldigen. Ich glaube, da ist sie zu einfach nicht in der Stande, weil sie dazu ihren Safe Space verlassen müsste. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mir ist es am Ende des Tages, bin ich ganz offen und ehrlich, mir ist es am Ende des Tages scheißegal. Ich habe ein reines Gewissen. Ich war nicht einmal oder vielleicht war ich es auch mal, aber ich habe eigentlich immer mit bestem Gewissen geredet und nie versucht, diese Frau zu zerstören. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Ich habe einfach nur die Aussagen, die sie öffentlich im Internet getätigt hat, wo jeder das Recht darauf hat, diese zu hinterfragen und zu kritisieren, so wie sie es auch macht, habe ich einfach darauf reagiert. Das ist mein gutes Recht. Und mir ist am Ende des Tages dann auch egal, wenn sie kein Privatgespräch führen will und dann lieber zwei Stunden komische Sachen im Internet erzählt und Twitter-Posts macht, die mich ins falsche Licht rücken, etc. Am Ende kann sie es sich selber aussuchen. Sie ist ja ein Freigast. Sie kann ja selber entscheiden, was gut und was schlecht für sie ist. Und wenn sie meint, dass ein privates Gespräch für sie schlecht ist und sie lieber weiter in ihrem Safe Space über uns reden möchte, dann soll sie es gerne machen. Das ist kein Problem. Aber ich bin keine Bitch und keine Pussy, die irgendwie über sich im Internet scheiße reden lässt und dazu dann keine Stellung bezieht. Aber wie ist das denn, wenn andere mit ihr nicht reden wollen? Du hast doch sogar mal in einem Chat angeboten mit einer Person zu reden, die das da nicht wollte, oder? Es wird also nicht nur nicht gefragt, sondern auch das Angebot abgelehnt. Ja, ich werde ja auch geghostet. Ach so, ja. Da ist es natürlich komplett schlimm, wenn man irgendwie geghostet wird und man möchte kein Gespräch mit ihr. Aber andersrum ist das natürlich komplett normal. Willst du noch mehr lügen? Hab ich parat. Diese Kampagne gab es, weil ich einen Computerspielpreis gewonnen habe. Nein, das ist eine Lüge. Und weil ich über J.K. Rowling und Transfeindlichkeit gesprochen habe. Das ist alles eine Lüge, oh Gott. Ich habe nichts mit den Leuten zu tun, um die es geht. Es gab zehn Videos zu meiner Person, bevor ich das erste Mal reagiert habe. Auch das ist nachweislich eine Lüge. Ich habe ein Video zu Gronkh gemacht, wo auch Shuyoka drin vorgekommen ist. Danach kamen die beiden Videos zum Parabelritter und Hogwarts Legacy. Und das vierte Video war bereits das, wo du auf Kanzlei BBS zum Thema Volksverhetzung reagiert hast. Also wo habe ich, bevor du irgendwas gesagt hast, schon zehn Videos gemacht? Das ist einfach nachweislich jedenfalls gelogen, Bro. Und ich glaube, ich müsste nachgucken. Aber ich habe weder in meinem Stream auf das Video hier reagiert, noch habe ich auf das Video hier reagiert, noch habe ich auf dieses Video hier reagiert. Ich glaube, das eins, ich weiß es nicht mal, es könnte sein, dass ich auf dieses Video reagiert habe. Das heißt, diese zehn Videos, die sie gesagt haben, machen halt auch wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ich kann sie ja gerne zeigen, welche zehn Videos sie meint. So dämlich ist diese Aussage hier. Ich glaube, es haben auch ganz viele Leute vergessen, ne? Ich glaube, es haben auch ganz viele Leute vergessen, dass die Leute, die diese Antifeminismus-Kampagne gegen mich seit Monaten fahren... Boah, wenn ich das schon höre, Antifeminismus-Kampagne, Bro. Come on, Shoyoka. Das hat überhaupt nichts mit Feminismus zu tun. Holy shit, ist das eine weirde Aussage. Teilweise selber schon über Monate, teilweise sogar über Jahre schon auf Twitch gesperrt waren wegen belästigendem Verhalten und sich aus dem herausgeklagt haben. Aber in meiner Narrative haben es irgendwie ganz viele Leute wieder vergessen. Ja, Skouros war über Jahre gesperrt. Aber ich verstehe hier ehrlich gesagt den Punkt nicht. Er ist ja vor Gericht gegangen und wurde dann ja quasi freigesprochen. Also ein Richter hat entschieden, nein, Skouros hat nichts falsch gemacht. Also was genau ist jetzt dein Punkt? Dass Skouros über Jahre fälschlicherweise auf Twitch gesperrt gewesen ist? Hä? Also die checkt nicht mal, was sie sagt anscheinend, denn das ist ja schlecht für Twitch und nicht für Skouros. Sie dreht sich wirklich alles so, wie sie es braucht. Aber ganz wichtig nochmal, Shoyoka hat noch nie gelogen und ist ja auch generell ein toller Mensch. Aber warum bin ich... Ja, also das ist ja ganz offensichtlich, wenn du entsperrt wärst, weil ein Gericht entschieden hat, dass diese Speere falsch war, wie kannst du das denn in deinem Stream als Argument benutzen, dass der Typ ein Idiot ist und Scheiße gemacht hat. Also er wurde freigesprochen vor Gericht. Ich weiß nicht, Shoyoka, ich weiß nicht, ob du in Deutschland lebst oder woanders, weiß nicht, aber die deutsche Justiz ist darauf aufgebaut, dass wenn du freigesprochen wärst, auch unschuldig bist. Also bist du eine höhere Instanz als das deutsche System, als das Gericht? Also das wäre mir persönlich neu, dass du das bist. Ich bin jetzt eigentlich mysogyn. Sich über meinen Beziehungsstatus Gedanken zu machen oder mir Dating-Anfragen öffentlich zu schicken, um mich zu demütigen, ist mysogyn. Ach so, ja, Spaß nach einem Essen zu fragen, ist so mysogyn, Alter, unfassbar. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber wie sieht es jetzt eigentlich aus? Gehen wir mal essen oder eher nicht so? Weil ich sah es ja wirklich, ich habe seit Januar, seit Februar, habe ich mich immer wieder hingesetzt in meinen Stream und habe immer wieder gesagt, hit me with Kritik. Oh, du fragst nach Kritik, ja, das ist echt toll. Ja, weißt du, Shuyoka? Mann, ey. Ja, wer kennt es nicht, die Shuyoka, die nach Kritik fragt, genau. Bist du nicht auch diejenige, Shuyoka, die jede Kritik wegblockt und bei Twitter beispielsweise mich geblockt hat, nur weil ich mir deine Kritik, nämlich, dass ich ein mutmaßlicher Frauenschläger bin, mich dafür blockiert hast, was ich mir erst durchgelesen habe, die Anschuldigung, die du fälschlicherweise gegen mich im Internet aufgestellt hast, dann habe ich im Stream ja schon dich mit Kritik gehittet, nämlich, dass du gelogen hast und das bitte mal gerade stellen könntest, mich vor deiner Zuschauerschaft, vor, ich weiß nicht, wie viele Follower, sie hat 70.000, 100.000 Followern deinerseits, als mutmaßlichen Frauenschläger darzustellen und da hast du ja deine Kritik, kannst du ja mal drauf eingehen und auch das mal richtigstellen, dass das eine Falschaussage von dir war. Hit me with Kritik. Noch besser wäre es aber gewesen, wenn du die letzten 11 Monate nicht jeden weggeblockt hättest, der dir im Stream Kritik gegeben hat. Ja, genau, oder vielleicht auch einfach mal, also, wenn sie etwas twittert, können nur Leute ihr antworten, die sie erwähnt oder den sie folgt. Ja, das ist natürlich eine super Grundlage, um Kritik untereinander auszutauschen, ja, klar. Entschuldigung, wir haben ja im Stream auch geschrieben, ich habe ja auch Kritik geäußert, deine Reaktion war mich zu bannen und mir zu sagen, äh, äh, Onkel Monte, äh, ich lade dich auch nicht zu meinen Events ein. Na, nice Konversation, geil, Alter, wie du auf Kritik eingegangen bist. Also, geil, wirklich, ganz großes Kino, wirklich. Jetzt mal ohne Witz, ich habe im Stream mal gefragt, wer von Shoyoka denn blockiert ist und 80% meiner Zuschauer haben gesagt, dass sie gesperrt sind. Es ist gar keiner mehr da, der dir vernünftige Kritik geben kann, weil die alle gesperrt sind. Ja. Äh, ich kann euch mal ein Beispiel geben, mein Kollege Gixen, René aus Buxtur, den kennt der ja wahrscheinlich, der ja auch streamt, der hat noch nie bei Shoyoka eine Sache reingeschrieben, hat noch nie mit ihr interagiert und ist auch bei ihr im Stream blockiert. Komisch. Ja, du fragst öfter mal nach Kritik, aber wenn 50.000 Leute auf deiner Blogliste sind, die dir alle schon Kritik gepostet haben, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man da nichts mehr bekommt. Vor allem ist der Twitch-Chat doch auch nicht die richtige Möglichkeit, um dir Kritik zu geben. Die Videos hier beispielsweise sind doch viel besser, weil ich das Ganze ja vernünftig aufarbeite. Leute schreiben dann kurze Kommentare, wo sie sagen, was sie an dir nicht mögen. Du interpretierst da sowieso irgendwas Falsches rein oder kannst dich nicht an irgendwelche Sachen erinnern und sagst dann, nö, das war aber gar kein Punkt. Also wenn du auf Kritik eingehen möchtest, dann guck dir doch dieses Video hier an, denn hier habe ich so viele Lügen von dir in diesem Video drin, dass das eigentlich reichen sollte als Kritik. Ich habe mir die Beiträge ja eingeschaut. Leute sagen mir, hey, reagier doch auf die Kritik und ich bin halt jedes Mal so, okay, was ist denn die Kritik? Ja, ich habe das Inscript falsch gemacht, aber keinen Bock neu aufzunehmen. Also Shuyoka, wenn du so unbedingt Kritik willst, ich gebe dir seit 11 Monaten Videos, wo ich dich kritisiere. Und selbst wenn du sagst, ja okay, die Kritik ist aber nicht gut, dann kannst du ja trotzdem darauf eingehen und das Ganze einfach mal richtig stellen, oder nicht? Sollte ja dann eigentlich kein Problem sein. Was kann ich abschließend dazu sagen? Shuyoka lebt halt wirklich in ihrer komplett eigenen Welt. Sie verdreht alles komplett. Sie lügt am laufenden Band, interpretiert immer irgendwelche falschen Dinge rein und sie ist trotzdem immer noch diejenige, die sich komplett in die Opferrolle stellt. Ich komme darauf halt wirklich nicht klar. Sie ist einfach der weibliche Drachenlord. Und trotzdem bin ich für Shuyoka der Böse in dieser Geschichte, ne? Ey, ich fass es nicht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, gutes Video, wie ich finde, von KuchenTV, safe. Also hat mir zugesagt. Bis auf den Punkt vielleicht mit den Nippeln. Aber ich kann abschließend da nur zu sagen, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass ich noch nicht einen Menschen kennengelernt habe, bis auf eventuell wirklich Drachenlord, der ja nachgewiesenerweise und nicht als Anfeindung oder sonstiges, nachgewiesenerweise ja auch vom Intelligenzkotienten nicht unbedingt der Schlauste ist. Ist ja auch okay, ist ja kein Problem. Wo man in vielen Punkten oder einigen Punkten vielleicht sogar nicht noch sich denkt, okay, vielleicht ist das seinem niedrigen IQ geschuldet. Aber ich habe wirklich noch nie jemanden kennengelernt. Oh, hier, der Chat ist eingeblendet. Ich bin aber auf Stream. Ich habe wirklich noch nie jemanden kennengelernt, bis auf Drachenlord, der so in seiner eigenen Welt lebt und so in seinem Safe Space und so wenig auf das eingeht, was eigentlich wirklich wichtig ist, sondern sich immer nur in die Opferrolle drängt und sich wirklich sein eigenes kleines Kartenhaus aufbaut und mit allen Mitteln verhindern möchte, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht. Ich bin in vielen Aspekten wirklich, wirklich sprachlos. Das soll es gewesen sein. Schreibt mir einen Kommentar. Lasst Liebe da. Kuss auf die Nuss. Ciao, ciao. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.